Ich komme durch den Park. Willst du rausgehen? Ja. Also. Schau, ob wir diese Türe öffnen können. Schlecht, aber ich kann die rausgehen. Komm, du die gut halten an den Fingern und dann du die rausgehen. Also. Komm, du die halten mit der anderen Hand auch. So, komm, gut halten. So. Ja, Reiki. Reiki. Ja, Reiki. Reiki. Ja, Reiki. Ja, Reiki. Ja, Reiki. Ich habe gesagt, du sollst dich gut halten. Ja, Reiki. Ja, Reiki. Ja, Reiki. Ja, Reiki. Ich habe gesagt, du sollst dich gut halten. Öh! Zuerst heult er mir Will's wieder von einem Heboe-Gring wo ich ihm genau gesagt habe, dass das am Anfang mal sein kann. Dann will er rausgehen, dann sage ich gut, hält die guten Fingern und dann lässt er sich von halb oben fallen. Das ist einfach, wenn du solche Sachen dabei sein musst, die einfach benähe wie ein groter Bub! 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 Ich habe gesagt, du sollst dich gut halten! Wir reden einfach mal ein bisschen lauten, oder? Und wir haben gewohnt heute, um die Maschinen umruhen zu reden. Und dann realisieren sie auch, dass das Ernste ist... Fisch! Fisch! Tisch, tisch, tisch.